Norddeutscher Rundfunk 2021 Niemand hat hier abschließt ein Fahrverbot zu errichten. Willkommen bei extra 3. Es ist mal Verschwörungstheorie, manchmal ist es auch einfach nur komplett bescheuert. Eine Frau gehört am Kochtopf. Der Irrsinn der Woche. Überflüssig wie ein Kropf. Lödsinn! Das ist hier alles Affentheater. Die blabbern alle und es passiert nichts. Und der Moderator? Ja, er geht dir tierisch auf den Zwirn und wenn du denkst, du bist hin endlich los, kommt er doch immer wieder. Genau wie Herpes. Noch Fragen? Satire, die begeistert. Spaß bei dich! Spaß! Was ist da eigentlich passiert? Wir von extra 3 klären das auf. Sonntag auf Tagesschau24. Wie sieht es aus mit der Diskriminierung von Schwulen und Lesben in Deutschland? Homophobie gibt es auch im Sport. Speziell im Fußball ist es immer noch ein großes Tabu. Experte dazu im Studio Christian Rudolph vom Schwulen und Lesbenverband Berlin-Brandenburg. Unser Thema zum CSD 2019. Sonntag ab 20.15 Uhr auf Tagesschau24. Das ist immer wieder in der Tiefe. 3020. 1020. Untertitelung des ZDF, 2020